Das Ambassador können wir für Saison, Reise oder Dauercamping verwenden. Das Material, was wir hier verwenden, das Isatex-Gewebe, ist was ganz Besonderes. Sie können das Zelt voll abwaschen, wenn Sie das benötigen, aber wenn Sie reingreifen, fühlen Sie einen ganz klaren Stoffcharakter. Um trotz der Beschichtung von außen die Schwitzwasserbildung zu minimieren, haben wir von innen bei dem Isatex-Gewebe eine Gewebeeinlage, genauso wie bei dem Dachmaterial. Hier kann die Feuchtigkeit in das Gewebe einziehen und im Gewebe verdunsten. Sie haben die Wahl zwischen einem Zinoc-Stahlgestänge mit den neuen T-Rex-Schnellverschlüssen oder diesem Carbon-X-Gestänge mit dem Isafix-Schnellverschluss. Beide Vorderwandhälften, genau wie auch beide Seitenteile, lassen sich einfach mit einem Rundbogenreißverschluss herausnehmen oder zu einer Veranda abklappen. Wenn Sie Ihr Zelt noch etwas erweitern wollen, wird in diesem Reißverschluss ein Anbau montiert. Das heißt, ich habe mehr Stauraum oder auch Schlafmöglichkeiten. Selbstverständlich ist das möglich auf der linken, genauso wie auf der rechten Seite.